Coming next to you right ahead of us. From 18 to 6 a.m. the street is crowded with prostitutes looking for students. So, jetzt geht's rein in die Davidstraße. Von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens stehen in dieser Straße schadenweise prostituiert und werden am Freier. Die nächste Seitenstraße, gleich links, heißt Ehrichstraße. Da sind die ganzen Saale Masopus angesiedelt. Wenn Sie sich bei Stil von Versprügeln lassen wollen, dann können Sie das dort. Auf die nächste Seitenstraße, gleich links, mit der auffälligen Barriere am Eingang ist die drückte Hermannsstraße. Dort präsentieren sich die Huren raus, bekleidet im Nachhinein. Zutritt zur Hermannsstraße, frau schlicht Männer über 8. Wenn Sie hier links reinschauen, wenn Sie auf die Auffall, dass da nicht einiges viel los ist, seitdem der Betriebsrat von VW auf die Verbote hat, ist dabei. Nichts mehr los. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.